Ich mach mal wieder ein Time-Asset. So, den Wiesch hab ich hier fertig. Wo bist denn du? Du hast gesagt, du machst ein neues Projekt. Na, warte. In der Tat. Holztasche. Lass mal kurz sehen, da fehlt ein Holzbeutel. Birkenholz. Haben wir noch eine Holztasche mit... Spruce-Wood irgendwo? Es könnte sein, dass ich genau die hab. Rubber-Wood, Rubber-Wood. Brauchst du? Brauchst du gerade Spruce-Wood? Ja, so ein bisschen. Ich bräuchte zwei Stacks, wenn es geht. Wenn ich wüsste, wo du bist. Wo ist er denn? Ah, ähm... Bei den Reinhäusern. Okay, warte. Das Spiel ist gerade zu laut. So, darf ich, ähm... ...den Downfall toggeln? Warte, wo ist die... Da ist sie. Ich mag den Regen nicht, der ist so laut hier. Ach, schon viel besser. Naja, fast. Jetzt. Okay, da ist bloß ein Auge drin. Sollen wir Spruce fällen gehen? Ich hab noch 17. Ich brauch mehr wie 17. Ich hab mich noch, wo du gerade bist. Bist du zufällig am Hafen? Nö, nein. Hafen sind wir auch nicht fertig. Müssen wir hier noch die Kurve rummachen. Und Wasser reinfüllen. Pfff. Wasser reinfüllen, das ist das Dümmste. Okay, äh... Da schwebt noch Holz. Nehme ich mit. Da kann man auch den Ironfans weiterführen lassen, theoretisch. Ich hab leider gerade keinen Stein dabei, oder? Haben wir irgendwo in der Kiste Steine in den roten zufällig? Äh, in den Taschen, meine ich. Äh, ich seh nix. Yo, Stonebricks. Hier ist auch bestimmt irgendwo ein Crafting Table. Hier. So, dann lege ich wieder zurück. Und dann gehe ich mal kurz hier ein paar Stüfen platzieren, weil das ging mir schon die ganze Zeit hier auf die Nüsschen. Das, wenn ich hier mal springen musste, das ist nicht so optimal gewesen. Das sind natürlich Steinstufen, was denn sonst? Okay, so geht's schneller. Nein, zu viel abgeholt. Achso, bist du gerade am Holz die Holz holen? Nein, nein. Hä? Nein, bin ich nicht. Hä? Du sagst gerade, du hast zu viel abgeholzt. Bist du aber nicht am Holz holen. Ja, zu viel abgebaut halt. Mysteriös. Du baust gerade, aber du baust was ab. Das heißt, Sandro ist in der vierten Dimension. Oh, fah. Okay, ich brauche mehr Stufen. Äh, so. Ich brauche noch mehr. Brickstone vor allem. Brickstone. Brickstone. Den habe ich... Der war hier drin, ne? So. Jo. Sehr schön. Da ist ein Schweinchen. Ähm. Ey. Geh mal weg, du. Bin hier hart am Bauern. Keiner Stinker. So. Natürlich wieder Qualität. Musik hier. May Beboop. Wizardy. Wizardy geht nur eine Minute vier. Wenn du jetzt die hören könntest, die Musik. Beste Musik. So, ich habe mal zu unserer Burg ein paar Steinstufen hochgebaut, weil es ging mir da ein bisschen auf die Nüsschen, dass man dann mal springen musste. Weißt ja, ne? Okay. Der Gravelweg. Natürlich, Brickstone-Stufen passend zur Burg. Ich suche doch immer noch den Sandrohr. Versteckt habe ich mich. Du brauchst das ab. Das heißt, du kannst nicht hinten beim... Wo, oder? Circus Maximus? Nee. Ich verstecke mich vor Tier. Da könnte ich theoretisch auch mal hier im Berg ein bisschen raushalten. Hm. Der Berg hier ist eine kleine Herausforderung. Den müssen wir unbedingt wegmachen irgendwie. Am besten natürlich mit den Turtles wieder einen Gang durchbuddeln und dann mit dem Mining Laser hochballern. Das geht am schnellsten und verbraucht am wenigsten Energie sogar. Wieso hast du denn vor? Hinten den Berg beim Circus Maximus wegmachen. Und hier theoretisch brauchst du es gar nicht angleichen. Warte erstmal bis wir mit dem Circus Maximus fertig sind. Ich würde hier nicht sofort beim Fluss senkrecht zu senkrecht hochbauen. Ich würde es so wie einen kleinen Hügel hochgehen lassen. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Okay, ja, hier muss es so sein. Aber da würde ich es dann aus Sandsteinen bauen. Wie ein Fundament muss es dann ausschauen. Ich frage mich immer noch, wo du bist. Okay, was kann ich denn machen? Genau, ich wollte Wood abbauen. Ich habe dich gerade gesehen. Da ist er. Zwischen den Häusern. Der ist hier drin irgendwo. Da, hier. Bei den Reihenhäusern bist du gerade irgendwo am Bauen. Was machst denn du da? Ja, innen drin. Klar. Hä, du bist unten am Boden. Hä? Hä? Lol Lol lololololol Wo? Hä? Das ist im Fluss Ach da Den Tunnel baust Ah okay Hast du was lange gebraucht dafür Wo kommt der da raus? Lul Zwischen den Häusern Das ist ja cool Ich Entweder da Mach hier ein Schilte Mit Sub und Way Oder halt drüben auch noch. Aber... Wo drüben? Gegenüber halt. Erstmal hätte ich dir auch noch was draus machen. Ja, wo willst du den da hinfüllen lassen? Ach, keine Ahnung. Kommt da noch eine Reihe hin. So, erstmal den Müll wegschmeißen. Weg, weg, weg. Ja, behalte ich mal zum Bauen. Ich geh mal ein bisschen... Haben wir hier dann die Axt drin? Ja, sehr schön. Machen wir halt erst die untere kaputt. Spruce Wood. Was ist das hier? Das ist Rubberwood. Oh, fuck. Hier ist Spruce. Oder? Ja. Ich pflanze sofort wieder ein. Jetzt hat er nämlich Doki gefunden. Lauf bei mir. Ich bin halt einfach privat Detektiv, ne? Total. Ich suche trotzdem noch hier ein bisschen Spruce. Äh, das wollte ich nicht. Das hier wollte ich. Gibt es hier nur Rubberbäume oder gibt es hier auch Spruce? Ja doch, hier. Hier. Jetzt muss man ja sagen, die Spruce bei mir verlieren nicht so viele Seelen. Samen. Wie die anderen Bäume. Höchstens mal zwei. So. Das sind Rubberbäume hier. So, ein Stack und elf. Wo geht es denn hier durch? Wo geht es denn hier durch? Da sehe ich noch sehr viele. Da sehe ich noch sehr viele. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Kann es mir nachher zeigen. Ich bin jetzt erstmal hier am noch Rubberwood Farm für uns. Mein erstes Ziel ist jetzt erstmal daraus wieder, ähm, Gedöns herzustellen. Nämlich, die Beichtstühle. Ne? Aber ich glaube, inzwischen habe ich mehr als zwei Stacks. Sollte eigentlich... Alter, was ist das für ein hoher Baum hier? Ach, den lasse ich mal stehen. Der Mahnmalbaum. Den nicht und den hier auch nicht. Was ist denn Mahnmalbaum? Ja, der steht so richtig an der Ecke oben. Ganz hoch. Da, der steht direkt neben der Fabrik. So. Muss ich mal kurz gucken, wie ich den hier gebaut habe, den Beichtstuhl. Ist ja easy. Ich brauche nur noch Iron Fences. Ich glaube, bei der Fabrik hinten... Äh, Fabrik, sag ich schon. Beim Neuen Hafen sind noch ein paar Iron Fences übrig. Ich glaube, vom Zaunbau. Müssten hier irgendwo sein. Du meinst die Bars, ne? Iron Bars, ja. Ich brauche jetzt da zwei pro Ding. Ich brauche noch drei. Also sechs Stück. Türen kann ich auch gleich craften, aber nicht aus dem Holz, sondern aus dem hier. Weil die nehmen so viel Platz weg, ne? Das ist schon wieder Zelda-Musik. Aber die ist einfach so gut. Die ist einfach eine coole Musik. Hast du eigentlich schon das neue Zelda Breath of the Wild gesehen? Nein. Das ist gut. Ja, aber wegen dem einen Spiel würde ich mir jetzt nicht eine Nintendo Switch kaufen. Aber es sieht schon sehr nicer aus. Muss ich mal kurz abgucken hier. Okay. Neu Fusion, nicer, nicer. Fuck, ich brauche mehr Iron Bars. Ich brauche drei pro Ding. Dann muss ich noch drei Stück holen. Da haben wir sie dran. Ancient Hero. The Legend of Zelda. Zelda. Mein Name ist Link. Willst du das Paket oder willst du es nicht? Ich heiße nicht Zelda. Wie kennst du es? Ja. Wie geht es mit der Eule? Mit der Eule? Das ist gerade immer so eine coole Stelle mit der Eule. Was sagt nochmal die Eule? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass... Ich weiß nicht mehr so genau. Das hast du mir mal erzählt. Was sagt nochmal die Eule? Ich weiß es nicht mehr. Oh, die hat irgendwas cooles gesagt. Ich kann es ja kurz abspielen. So, ich gehe mal kurz wieder gucken. Okay, da so. So, okay. Drei hoch. Irgendwie so. So. Hinten eins höher. Okay. Eins, zwei, drei. Hier unten sind es vier. Hier ein V... So wie ein U. Seitlich. Komplett quer. Okay. Okay. Und da kommen dann die Eisenbarren drüber. Lö-Ei-Sehn. Äh. Tschüss. Da kommen dann die Dür rein. Dür. Dür. Da kommt noch ein Eisenbarren. So. Noch ein Beichtstuhl ist fertig. Stehen da schon mal zwei rum. Und jetzt auf der gegenüberliegenden Seite noch. Du hast gesagt, wir haben wenig Glowstone. Hm. Wieso brauchst du welche? In der Kirche habe ich gesehen, wir haben ein bisschen Glowstone Bricks verbaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den herstellt. Glowstone Brick. Okay. In der Mitte ein Brickblock und außen rum vier Glowstone. Da bekommt man acht Stück raus. Ist eigentlich ganz gut, weil du machst aus vier normalen Glowstones acht Stück. Also acht Bricks. Oder doppelt es. Ist eigentlich doch ziemlich, ziemlich profitabel. Profitabel. Höh. So, den roten Deppisch, den baue ich mal ab. Dann gehen wir hier drei hoch. Ja, das ist falsch. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann kommt hier einmal dieses Quergedöns drüber. So, das kann wieder weg. Und in die Richtung dann auch so. Und dann hier noch den da. So. Eins, zwei, drei. Türe drauf. Fertig.